Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Jetzt wird es mal der Kollege, das kann ich natürlich nicht machen, weiß nicht wie es in Farbe aussieht, weil die Dame hier, noch kann man auf Kunstlicht drehen. Untertitelung des ZDF, 2020 Dann würde man auch das Auge schon erkennen können. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank. 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 Vielen Dank.